Hallo ihr Lieben, ich bin's die Feli von Happy Hippocampus. Heute gibt es wieder ein Video zum TMS und zwar möchte ich dir heute an die Hand geben, wie du bei der Aufgabe Figuren lernen bestmöglich abschneiden kannst. Und zwar möchte ich dir Tipps und Techniken geben, die auch Gedächtnisweltmeister und Gedächtnissportler anwenden und ich zeige dir, wie du die für deinen TMS Test anwenden kannst. Falls du es noch nicht wusstest, im TMS besteht eine Aufgabe darin, Figuren zu lernen und für diese Aufgabe hast du vier Minuten Zeit und in diesen vier Minuten musst du 20 Figuren auswendig lernen. Und das Knifflige ist, dass die Reproduktionsphase nicht sofort im Anschluss ist, sondern dass da circa 60 Minuten Zeit sind, bevor du die Antworten angeben darfst und bevor du die Figuren reproduzieren darfst. Wie sehen diese Figuren aus? Ich habe mich hier mal ein bisschen künstlerisch betätigt. Ich hoffe, du kannst es sehen. So ungefähr sehen die Figuren auch in den Probe-TMS-Tests aus und die Aufgabe ist es, im TMS dir zu merken, wo die schwarz markierte Fläche ist. Also du musst dann bei der Reproduktionsphase wissen, welche der fünf Flächen schwarz ist. Also es sind immer Figuren mit fünf Flächen und eine davon ist schwarz gefärbt. In den letzten Jahren war es auch wohl so, dass die Figuren beim TMS deutlich schwerer waren als die in manchen Probe-TMS-Tests und ich habe aus Erfahrungsberichten zum Teil gelesen, dass die äußeren Umrisse manchmal sehr ähnlich waren und das macht es dann natürlich schwieriger beim Einprägen. Einige haben auch geschrieben, die sahen aus wie Volleybälle, die Figuren. Also es gab also anscheinend viele runde Figuren und ich würde dir empfehlen, bei deiner Vorbereitung eben auch viel mit solchen Figuren zu üben, wo der äußere Umriss vielleicht nicht so eindeutig an irgendwas Bildliches erinnert. So, jetzt möchte ich dir aber meine Strategie, meine Tipps mit an die Hand geben, wie du bei diesem Figurenlernen vorgehen kannst. Ganz am Anfang würde ich einmal grob über das ganze Blatt scannen. Es sind ja dann 20 solche Figuren auf einem Blatt, also fünf solche Reihen und schau am besten einmal drüber und dann kriegst du schon ein Gefühl, okay sind die jetzt irgendwie alle rund oder haben die alle den gleichen Umriss und dadurch kriegst du ein Gefühl, okay worauf muss ich mich vor allem konzentrieren, damit ich nachher bei der Wiedergabe nichts verwechsel. Und dann legst du los und prägst dir eine Figur nach der anderen ein. Wie machst du das jetzt am besten? Ja, wir sagen es ja immer beim gehirngerechten Lernen. Ein Grundbaustein sind Bilder und zwei weitere Grundbausteine sind Sinne und Emotionen. Und genau diese drei Fakten, die bauen wir jetzt auch ein beim Figurenlernen. Und der erste Schritt ist, dass du dir die Figur anschaust und guckst, was habe ich da für eine Assoziation, an was erinnert mich das? An welches Bild? Machen wir das mal ganz praktisch hier bei der ersten Figur, an was erinnert dich das? Also ich hatte da so spontan an eine Schweißermaske gedacht, also wie so ein, wie nennt man das, wie so ein großer Helm, den Schweißer aufhaben. Und hier ist so dieses Guckfenster, wo sie immer mit den Augen durchgucken und das ist eben schwarz. Ich hoffe, du hast es jetzt gesehen. Und so hast du dann diese abstrakte Form in was Bildliches übersetzt. Und jetzt kannst du vielleicht auch noch Sinne und Emotionen einbauen. Du kannst dir vorstellen, wie dieser Schweißer irgendwas schweißt und dann sprühen Funken und die Funken fliegen auf dich drauf und verbrennen dich. Und dann spürst du auch noch den Schmerz. Also du merkst, da kannst du Emotionen einbauen und dadurch bleibt das Ganze viel besser hängen. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, ja, hört sich vielleicht ganz gut an, aber dauert es nicht total lange? Und also ja, ich kann dir empfehlen, da wirklich zu üben. Und am Anfang kann es sein, dass es ein bisschen länger braucht, bis du so Assoziationen hast. Und ich verspreche dir aber, wenn du dranbleibst und das übst regelmäßig, dann wirst du schneller und du wirst da richtig Speed aufnehmen. Und ich empfehle dir beim Üben für ein TMS auch wirklich unter diesem Zeitdruck zu üben. Und dann hast du, ja, von Zeit zu Zeit immer mehr Erfolgserlebnisse, weil du siehst, wow, cool, ich kann mir die Sachen ja wirklich immer schneller und besser merken. Und ja, machen wir hier noch ein paar Beispiele. An was erinnert dich denn die zweite Figur? Also das hier. Also mich hat das irgendwie erinnert an so ein, weiß nicht, wie heißt das, an so ein Vogel, so ein Pelikan oder so was in der Art. Und vielleicht hat der Schnupfen und deshalb fließt hier vorne aus der Nase so ein riesiger Popel, so Rotz vorne raus. Also das ist auch wieder emotional, da ist Ekel mit dabei, geht. Und so kannst du dir das dann auch viel leichter merken. Bei dem hier, bei der dritten Figur, da hatte ich irgendwie so die Idee, das sieht vielleicht aus wie so eine Kuppel von so einer Kirche oder so einer Moschee. Und da kann man sich dann vorstellen, wie hier in der Mitte das Kirchenfenster kaputt ist und das Glas springt raus und springt dir direkt ins Auge. Und da haben wir auch wieder die Emotionen dabei. Und schau da einfach, welche Emotionen für dich funktionieren. Also für mich funktioniert irgendwie oft sowas, ja, blutrünstiges, gewalttätiges, das bleibt gut hängen. Aber du kannst auch alle möglichen anderen Emotionen einbauen. Irgendwas, was dich zum Lachen bringt, was lustig ist, was eklig ist, das hatten wir auch schon. Was vielleicht irgendwie schmuddelig ist. Also deiner Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. So, schauen wir noch zur letzten Figur. Das ist jetzt so ein bisschen eine runde Figur. Mich hat das erinnert an so ein Plätzchen mit so Marmelade innen drin. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das vielleicht so leckere Himbeermarmelade ist und dir das Wasser schon im Mund zusammenläuft. Ein Tipp noch, falls es wirklich so ist, in deinem TMS, dass viele runde Formen vorkommen oder dass sich die Formen dieser Figuren äußerlich nicht so gut unterscheiden. Wenn das so ist, dann würde ich hauptsächlich mich auf das Schwarze auch konzentrieren, also auf die schwarze Fläche, weil das ist ja das, was du dann nachher wiedererkennen musst. Also da kannst du dir dann vorstellen, wie schaut das jetzt aus? Vielleicht wie so ein Tropfen, ein Regentropfen. Da kannst du dann auch wieder eine Geschichte draus spinnen. Oder das hier sieht vielleicht aus wie ein Spatel oder irgendwas. Da kannst du dir dann auch wieder was draus ausdenken. So, ich hoffe, diese Tipps und Lerntechniken haben dir geholfen. Schreib mir mal in die Kommentare, ob dir das Video geholfen hat. Schreib mir auch, was du dir noch vielleicht für Themen wünschst, was du noch für Fragen hast. Und dann schau mir, dass wir dir noch weiterhelfen können. Und abonnier auf jeden Fall auch unseren Kanal. Folge uns auf Instagram. Wir hauen immer wieder Tipps und Videos raus zu den besten Lerntechniken und Gedächtnistechniken. Und die helfen dir ja im TMS. Und später dann auch, wenn du mal deinen Medizinstudienplatz hast, im Medizinstudium natürlich auch. Ich wünsche dir jetzt alles Gute. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Mach's gut. Ciao.